Die Hoffnung ist ein Vogel, der schon singt, bevor es Tag ist. Die Hoffnung ist ein Vogelgezwitscher. Schon fünf Minuten, wenn es ihm gar nicht kommt. Das ist Yvonne, Mutter von vier Kindern und auf der Bühne eine Ausstrahlung gemacht. Und hier Ben, unser steppender Taxifahrer. Und hier Alex, genannt Ali, oder Plus Ali, wegen seiner Kaffee-Schwolltaten. Und hier, wo Ronaldo unser Schweinehörter und Kind drei Schweine überfahren hat. El, Giuseppe. Und hier, der große Radio Telewort für immer gute Laune. Herzlichen Glückwunsch. Was war dein Lieblingslied als Kind? Äh... Sei ehrlich. La Paloma. La Paloma! Ja. 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 Maja. Ja. Musik Musik Das war's, das war's. Applaus 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 Ruh 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 Untertitelung des ZDF, 2020